Herzrhythmusstörungen ist ein Überbegriff und heißt eigentlich, dass der Rhythmus aus dem Takt gerät, nicht der normale Impulsgeber, ist sozusagen Dirigent, sondern andere Kräfte, andere Aktivitäten übernehmen das Kommando. Das können einfache Extraschläge, Extrasystolen sein, wie wir sie häufig bemerken, bis hin zu Herzrasen, Vorflümmern oder auch dem Herzstillstand als die bedrohlichste, zum Glück seltenere Form der Rhythmusstörungen.